Er zählt zu den Höhepunkten jeder Fastnachts-Sitzung, der Showtanz. Hier rocken die 33 Tänzerinnen und Tänzer der Gruppe Dance Emotions aus Weltschneudorf die Ladies' Night der Birgeser Karnevalsgesellschaft. Doch was ist Showtanz eigentlich? Showtanz ist die jüngere Schwester vom Gardetanz und wird nicht nur auf Karnevalsbühnen, sondern auch bei den Wettkämpfen der Karnevalsverbände getanzt. Anders als bei Gardetänzerinnen, die in uniformartigen Kostümen und Hüten tanzen, die an die Fastnachtsgarten erinnern, spielen bei Schautänzen fantasievolle Kostüme eine wichtige Rolle. Und die Bewegungen sind freier, kommen auch aus Jazz-Tanz und Modern-Dance. Passend zu ihrem Tanz Highlander, die Schlacht der Clans, verwandeln sich die jungen Frauen und Männer von Dance Emotions in schottische Krieger. Stundenlange Vorbereitungen sind dafür nötig, aufwendiges Schminken und ausgefeilte Kostüme. Wir haben natürlich viel ausprobiert, da war die Schürze am Anfang noch kariert, dann war das aber zu bunt und zu viel. Und so haben wir dann wirklich viele Besuche bei der Schneiderin irgendwann dann, genau, das Kostüm so uns ausgedacht, wie es jetzt ist. Und dann kam immer mehr dazu und dann noch Schulterpolster und noch Fell und noch Pailletten und das ist noch ein bisschen glitzert und funkelt. Und so ist dann nach und nach mit vielen kreativen Köpfen dann das Kostüm entstanden. Damit präsentiert die Gruppe auf der Bühne perfekt synchrone Bewegungen zu moderner Musik, viele verschiedene Schrittkombinationen und Akrobatik. Auf dem Maßstab, wo wir das eigentlich dann machen, kann man schon sagen, das ist Leistungssport. Deshalb fahren wir zu Turnieren, deshalb fahren wir zu Meisterschaften und ja, da muss man gucken, dass man gut warm ist, dass man gedehnt ist und dass man dann halt auch die Leistung, die man dann auf die Bühne bringen will, dann auch tatsächlich erreichen kann. Und das ist sehr viel Arbeit und das ist sehr viel Schweiß und manchmal auch Tränen. Welche Kriterien gelten bei Wettkämpfen? Britta Frede ist seit vielen Jahren Wertungsrichterin bei den Rheinischen Karnevalskorporationen und weiß genau, worauf es beim Showtanz ankommt. Da ist es der Schaueffekt, den wir bewerten, die Grundidee einer Showdarbietung. Und auch da muss von uns erkennbar sein, ein roter Faden wird das Thema vertanzt. Wie empfindet das der Zuschauer auch? Die Schaueffekte, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Sie hat selbst viele Jahre lang Showtanzgruppen in ihrem Heimatort Spey am Rhein trainiert. Auch Ausstrahlung und Bühnenpräsenz der Tänzerinnen werden bewertet. Es sollte jedem Spaß machen. Wenn einem Tanz keinen Spaß macht, das sieht man direkt. Das spüren wir auch als Wertungsrichter. Aber wenn etwas Spaß macht, strahlt man es auch aus. Mit ihrem Tanz Mission Emotion gewannen die Welsch-Neudorfer die letzte Rheinland-Pfalz-Meisterschaft. Und wurden im Dezember auch Vizemeister bei der Deutschen Meisterschaft. Aufwändige Kostüme für 33 Tänzerinnen müssen genäht werden und absolut einheitlich sein. Außer für Sonderrollen. Beim Kopfschmuck darf nichts rutschen oder fallen, sonst gibt es Punktabzug. Viel Arbeit also und vor allem jahrelanges, intensives Training. Wir trainieren immer zwei Tänze fast gleichzeitig. Einmal den Tanz, den wir auf der Bühne präsentieren. Und fast parallel dazu auch den Tanz, den wir dann in der nächsten Saison präsentieren werden. Zweimal die Woche, dienstags und donnerstags von 20 Uhr bis 22 Uhr. Fazit? Showtänze haben sich fest im karnevalistischen Tanz etabliert. Kein Wunder, peppen Sie doch jede Karnevalssitzung mit Fantasie und tänzerischem Können auf.